Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge Paladins. Heute wieder mit, äh, warte, Lukas und, äh, Eevee Creepy, genau, hallo. Naja, da hat er sich was versprungen. Ja, naja, das ist halt immer so das Problem. Ich wollte erst irgendeinen anderen Namen sagen. Also es sind jetzt auch andere Namen, ne, nicht wundern, also das ist ein bisschen schief gelaufen, weil Lukas Hauptaccount von Steam ist gerade nicht erreichbar. Ja, ja, ich hab mal keinen Zugriff auf den Audificator. Ja, genau, und die vom Support schlafen schon um neun, ne? Muss man verstehen. Ja, weil morgen ist Feiertag, da wollen die halt auch mal ausschlafen. Oh, nee, stimmt, da komm ich ja morgen auch nicht ab. Ey, da sind welche. Hm. Oh, die machen eine Extraschicht. Ah, Mann! Ein HP hat ja gefühlt. 18 HP. Ich werd nicht mehr. Und mein Bot, alter, ne, gut, der Bot hat mir das in der Mitte ein. So, ich versuche meine Fähigkeiten einzusetzen. Ach doch, die sollte ich weggehen, Marta, der Bot. Ich hab lange nicht gespielt, muss ich sagen, dazu. Ja, merkbar. Na, obwohl, ja, letzte Woche, Anfang letzte Woche hab ich einmal gespielt, aber davor halt lange nicht. Hä? Ist doch irgendwie runtergegangen. Ich bin nach Urlaub. Bisher läuft's ja richtig gut für uns. Ja. Ja. Ja, ich bin rausgeflogen worden. Oh, shit. Beste. Oh, ich hab die Sounds immer noch ziemlich leise. Oh, shit. Nein, ich hab nie eine gute Idee. Hm. Man, der muss doch mal kaputtbar sein. Bin ich. Aber nicht für euch. Doch muss so. Weil, guck mal, ich bin da Boss. Ja. Musst du zusehen. Herr, aber wie kannst du schon 93 Punkte haben? Das hat sich nicht und so aufgekillt. Hä, nein, du musst den Punkt einnehmen. Da kommt alle... Was weiß ich, wie viel Mut, äh, Punkt. Ja. Also wie damals, ja, immer mit der Punktkontrolle da. Ja, so ähnlich. Aber nur, dass der Punkt alle... Nur, dass der Punkt alle... Was weiß... Es gab nämlich jetzt wieder ein großes Update in Paladins. Kurz nach meiner letzten Folge, wo es irgendwie lange kein Update davor gab. Gab es direkt eins und, ja. Ich weiß nicht. Neue Spielmodi und so. Ich weiß doch, der schließt, ich weck die... Ich fass es nicht. Na? Aber ich weiß noch damals, ey. Max ist fast am verlieren, Alter. Ich weiß noch, als ich mit Paladins angefangen habe... Ja, noch verliere ich noch was drin, ja. Als ich mit Paladins angefangen habe, ein relativ gut war für meine Verhältnisse. Was? Da war ich besser als jetzt, glaube. Oh, ich glaube. Oh, man, ey, ich kann schon mal nicht racken. Ich muss mal hier irgendwo hin. Ja. Oh. Oh, shit. Als hatte ich Punktkontrolle. Sieg, du wirst halt jegd in meinem Feuer. Hm. Ich mag meinen Namen. Das ist mies gelaufen. Ich mag meinen Namen, die Bildschule. Hm, naja. Max, nee, du musst sagen, ja, ja. Äh, wieso? Darum. Sonst? Sonst hacke ich dann Minecraft. Oh nein. Scheiße, dann geht's mir wie Reis. Hm. Da habe ich mein Inventar auf allen Servern verloren. Heh, geil. Nee. Drei Eliminierungen habe ich schon. Das sind cool. Neidisch. Ich glaube, ihr seid neidisch. Ich bin so bei elf. Hm. Trotzdem bist du neidisch. Ja. Ah. Ja, bald 200, ne? Mann, ich habe meine Operator nicht, ey. Oh, geil. Da ist einer tot. Ich habe mein Skinny, das hat Skill ist weg. Nur ich weiß, wie lange es her ist, als ich das Spiel gespielt habe. Als ob das Rocksham Skin liegt. Ja, da ist das Visier ein bisschen besser. Ach so. Hm, na gut, das kann sein. Ja, genau. Ja, ist so. Moment, immer. Kannst du dir denn nicht wiederholen, den Skin? Hat der was gekostet, oder wie sieht das aus? Nee, den gab es im Free Pass da, beim Battle Pass. Ach so. Da gibt es nur noch den Battle Pass für Arme. Ja. Ja, geil. Aber ich weiß nicht, wie das mit den Pässen hier funktioniert. Ich glaube, die haben das schon wieder geändert auch. Momentan gibt es ja keinen Battle Pass. Ja. Hm. Geh doch mal weg, so. Endlich. Aber warte mal, wieso bleibe ich nicht hier? Ja, ich bin nicht blöd, ich gehe von dem Punkt wieder weg, wo ich hin muss. Ja, du bist halt ein Sick, was wir mal erwarten. Ja. Alter, die alte ist einfach so stark. Ja, selber sonst, ja. Ich meine, ey, diese Schilder immer, die regen mich auf. Ich könnte ihn zwar mit meinem Charakter dagegen halten, aber... Kennst du ja. Ja, kann ich ja. Wenn man mal treffen würde, dann ist ein Schild dazwischen, ey. Ist schon unfair. Alles weird. Das darf nicht sein. Alles gescriptet. Warte. Oh. Fuck. Da muss ich los. Ich fliege immer ein bisschen rum. Oh. Mann. Stimmt, unsere Deathmatch-Runden damals immer. Ja, ja. Ist gegen andere. Na. Da haben wir immer so ständig gewonnen und da habe ich mich gefragt, so, hey, wie geht das? Hr. Aber da hatten wir gute Gegner, beziehungsweise schlechte. Wie ich immer die daneben schieße. Das gibt's doch nicht. Sieg ist die Frau, würde das vielleicht so machen. Aber das bin ich ja nicht. Da, da. Ne. Na, aber immerhin ne 5-2-er-Kat-D, ne? So, jetzt komme ich von hinten angesneakt. Unverracht. Warte nicht mal 2 Sekunden. Oh. So ne Scheiße. Na egal, gleich setz ich mal ne Ulti ein, wie man den Lois sagen würde. Ja. Das ist ja die Ulti hier. So, jetzt. Oh, was? Hä? Jetzt wollte ich einmal krass sein. Mann. Wie kann... Hä? Nein. Ey, da wollte ich gerade eh einsetzen. Äh, und jetzt kann ich wieder warten. Ah, ne, kann ich nicht. Die ist direkt wieder verfügbar, aber bringt mir nisch, weil du gewonnen hast. Geil. Geil, ich bin gerade reingedäumt. So, jetzt drück ich trotzdem noch Ehe. Perfekt. Der ist tot gewesen, wenigstens noch. Oh, du auch. Ich hab noch den Kill. Ja. Oh, nein, ich hab verloren, wie das? Wieder Fett steht. Max ist schwul, ey. Ich bin nicht mal reingedäumt. Oh, Mann. Moin. Servus. Moin. Moin. Flüster ist mein Moin. Servus. Moin. Moin. Servus. Moin. Moin. Ich hab schon. Ja, ich hab schon. So zaubernd wollen wir noch ein match. Wenn das so heißt, wie ich denge. Dann ist er mich drauf. Nein, das steht doch einfach nur ein Spiel von XX, sondern Rolle XX. Ja, bisher noch nichts gefunden. Ja, weil ich noch nicht drin bin. Sik, du musst jetzt flüstern. Alles, was du sagst, musst du flüstern. Ah, wie war dein Tag so jetzt? Ja, einstrengend, aber ging. War schon wieder beim Zahndar uns, Alter. Bis dahin, bis der hier latscht. Naja, klar. Bin ich doch gewohnt, ja. Kannst du mir die Fahrrad leisten? Naja, ich hab eh einen Sauber. Bis ich das da angeschlossen hab, da bin ich auch gleich hingelaufen. Und vor allem, bevor die das klauen, da lauf ich auch lieber. Das ist mal ein Wunder, wenn sie es klauen sind. Na, das da hab ich aber keinen Bock drauf. Oder die kleinen Sattel oder so. In der Schule immer bei uns. Oder einen Lenker. Die bauen einfach einen Gang raus, so. Dass du nicht mehr in den dritten Strang kommst. Alter, du kannst, ich weiß, warum deine Gangstaltung nicht mehr funktioniert. Ja, weil sie es gepult haben. Deine Meinung wäre zu sick. Äh, ist das Spiel überhaupt schon da? Das neue? Natürlich. Wo denn? Ich kann muss auf aktualisieren, lol. Was ist das Passwort? Hey, was war alles kleins? Allein, dass er dann noch fragt, Alter. Naja, kann sich ja ändern, ne? Hm, das ist echt. Ich hab auch schon Pferdekotzen sehen. Nein, wieso? Ich bin rausgeflogen worden, warum? Nein, du musst aber auf Spielen klicken. Ich hab schon Pferdekotzen sehen. Mann, ich spiel jetzt auf meiner Xbox. Ich mach's jetzt am Rechner. Max, jetzt mach auf Regie. Upgrade. Ich muss jetzt auf dem Rechner online sein. Jetzt mach auf Radieschen, Mann. Auf dem Radieschen? Das ist doch keine Spielkonsole. Das ist doch mein Bildschirm. Damit hat Max früher immer gespielt. Radieschen. Ja, null. Radieschen war damals für Max vielseitig.